Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich euch wieder, wo sich der Stern befindet. Wir sind in Woche 3 von der Season 5 und der Stern befindet sich hier auf diesem Berg, genau vor uns. Wir markieren immer, hier müsste sich der Stern befinden und da fliegen wir jetzt hin. Ich würde mich natürlich über ein kostenloses Abo sehr freuen. Ihr könnt gerne das Video hier liken und teilen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier ist er. Wenn der da hinläuft. Okay, das war's. Liken, kommentieren nicht vergessen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.